Bevor das eigentliche Video heute anfängt, möchte ich mich bei dem Sponsor dieses Videos bedanken, nämlich Hanfke Vlister. Hanfke Vlister hat ein neues CBD-Öl gelauncht mit Melatonin und Kamille. Die Verbindung von CBD mit Melatonin kann einem besonders dabei helfen, einen tieferen Schlaf zu haben, generell schneller einzuschlafen, Stress zu reduzieren, schneller zur Ruhe zu kommen, eine bessere Schlafqualität zu erlangen, erholsamer aufzuwachen und mehr leistungsfähiger zu sein am nächsten Tag, dadurch, dass man halt so gut geschlafen hat. Außerdem enthält es Kamilleextrakt, das zusätzlich für die Extraportion Entspannung sorgt. Ich nehme meistens von dem Öl ca. 10 Tröpfen vor dem Schlafengehen und das hält mir wirklich so unglaublich dabei, abends zu Uhr zu kommen und einfach besser einzuschlafen. Ich lege mich dann immer auf die Couch, packe mir noch ein Körnerkissen mit Lavendelgeruch und schon bin ich weg. Da werde ich so schnell müde. Das ist meine, ja, Abendroutine mit dem Öl und ich liebe es. Wenn ihr dieses Öl auch mal selber ausprobieren möchtet, dann benutzt gerne den Code DORISLEEP. Mit DORISLEEP bekommt ihr 20% auf das Öl und 15% auf das gesamte Sortiment. Ich hoffe, dass ich euer Interesse vielleicht wecken konnte und machen wir weiter mit dem Video. Hallo. Hi, ich bin sofort da. Hi, wie geht's? Danke mir auch. So, was kann ich heute für dich tun? Ja. Okay, das volle Programm also. Also Haare schneiden und ein paar Trimm. Okay. Lassen wir die Haare so oder möchtest du eine andere Frisur haben? Okay, was Neues? Gut. Hast du denn vielleicht schon eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Nein? Soll ich dir da vielleicht zeigen, was momentan so im Trend ist? Vielleicht kannst du dich davon inspirieren lassen? Okay, gerne. Ähm, ich zeige dir das hier auch mal hier. Also momentan sind das hier so die beliebtesten Frisuren. Das sind insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Du kennst die wahrscheinlich auch. Ähm, wenn du das jetzt so siehst, gibt es eine Frisur, die dir besonders gut gefällt? Okay, welch wäre das? Die Dauerwelle? Der Mero-Look? Ich kann dir auch was zu jeder Frisur ein bisschen erzählen. Ähm, vielleicht kannst du dir das dann besser an dir vorstellen. Also bei dem Bro-Flow. Diese Frisur ist bekannt geworden durch den Schauspieler Bradley Cooper. Ja, der hat auch in Hangover mitgespielt. Kennst du vielleicht schon. Und dabei werden die mit langen Haaren dahin gekämmt und mit etwas Wachs fixiert. Ja. Also einfach nur ein bisschen in Form gebracht. Der ganze Look ist ja generell sehr... Und ja, ne. Süßlich. Kann man auch super einfach so tragen. Casual, aber auch fürs Büro. Und er eignet sich besonders gut für die älteren Hörern. Aber auch für dich. Das würde dir auch gut stehen. Dann haben wir den Fassonschnitt. Sehr, sehr bekannt und beliebt. Das ist dieser hier. Der Fassonschnitt ist einfach der Klassiker unter den Männerfrisuren. Also da kann man wirklich nichts damit falsch machen. Ähm, das Decker wird bei der Frisur ein bisschen länger gelassen und da hinein gekämmt. Okay. Und die Seiten, so wie der Nacken, werden dann hingegen von oben nach unten immer kürzer geschnitten. Oder was hier etwas für einen schönen Übergang sorgt. Dann haben wir die Glatze. Ja, die Glatze ist auch ein Haarschnitt und das Vorteilhafte dabei ist, dass man die Haare nicht bestellen muss. Aber man sollte schon darauf achten, dass man eine gute Kopfform dafür hat und den Kopf auch pflegt. Sonst sieht das schnell und gepflegt aus. Dann haben wir den Seitenscheitel. Der Seitenscheitel ist auch ein Klassiker, ja. Und man kann den perfekt, ja, im Büro tragen, aber auch casual. Der wird vor allem natürlicher gestylt. Also mit, ähm, nicht so viel Wachs, wenn es geht. Ähm, sonst sieht das schnell schmieriger aus. Und die Haare verkleben dann auch. Es gibt den in sehr vielen unterschiedlichen Varianten. Das ist jetzt hier noch einer. Dann haben wir den reißumstrittenen Man-Bahn. Viele mögen den anderen nicht. Wie stehst du dazu? Ja, wenn es zu der Person passt, dann schon. Genau. Es ist halt einfach eine Trend, wo es so heißen wird, mag man es oder man mag es nicht. Man kann zum Beispiel auch die Seiten abrasieren, was dann für einen, ähm, besonders geliehenen und sauberen Look sagt. Sonst kann es manchmal ein bisschen ungepflegt wirken. Das heißt, man kann den in sehr vielen Variationen tragen. Da sind das Bude dabei. Dann haben wir die Caravella. Die ist jetzt vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, auch durch viele Rapper sehr bekannt geworden. Vor allem auch bei der Generation Z. Ja, also wenn man, ähm, keine Locken hat und was Neues ausgeben möchte, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Dann haben wir den Passkant. Das ist einfach ein Maschinenschnitt, wo überall die gleiche Länge gelassen wird. Er ist, ähm, vor allem dadurch sehr beliebt, weil er wirklich pflegeleicht ist und man den auch zu Hause, ähm, von der Frau auch schnell gelassen kann. Also nochmal eine andere Variation von dem Passonschnitt. Diesmal sind die Haare nach oben gestylt und die Seiten am kürzer. Und dann haben wir jetzt zwei Variationen vom Undercard, beziehungsweise das geht eher in die Richtung French Grub. Ich glaube wirklich in den letzten Jahren besonders ge- äh, beliebt geworden. Und, ja, immer mehr Männer tragen den. Hast du dich jetzt für einen entschieden? Okay. Okay. Bist du dir sicher? Ja, dann machen wir das so. Ja. Okay. Dann ist es voll der. So. Ich werde jetzt deine Haare, ähm, erst einmal nach hinten kämpfen. Ja. So. Weißt du was? Ich hole noch ein bisschen, ähm, besser Spray. Mit Vigi. Vorher noch ein bisschen nass machen. So perfekt. Und was hat dich zu dieser Entscheidung geführt, dass wir jetzt so fast schon ein volles Umstyling machen? Warte, es war einfach mal was Meilen ausprobieren. Für den Samba. Verstehe ich. So. So. Bevor ich gleich nochmal mit der Maschine drüber gehe, werde ich gerne vorher die Spitzen einmal nachschneiden. So. 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 Okay. Okay. Dann gehe ich gleich mit der Maschine drüber. Wir machen die Seiten ein bisschen kürzer. Drei Millimeter. Okay. Hätte ich jetzt auch gesagt. So. Ich mache die Härchenmache kurz von deiner Schalt weg. So. Dann werde ich jetzt mit der Maschine einmal drüber gehen. Wir stellen das ein auf drei Millimeter. So. Auf drei Millimeter eingestellt. Gut. Gut. Dann gehe ich jetzt drüber. Gut. 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 Das kann ich jetzt nicht. So. Das ist mir wichtig. und die kleinen Schnipps wieder einmal entfernen. So. Perfekt. So, als nächstes kommt eine kleine Portion. Hier. Und eine andere. Kleine Portion. So. Die schöne Händen stylen. Ich finde, das steht dir auch richtig gut. Nichts gegen deine Visur von vorhin, aber das ist auf jeden Fall mehr dein Look. So. Gut. Ich werde mir jetzt die Hände kurz abwaschen. Und dann komme ich wieder. Dann machen wir den Bad, ja. Gut. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Und du quälst es dir. Super. Ja. Ja. Okay. Also, bei dem Bad. Hattest du gesagt, einfach nur sitzen. Okay. Und was machen wir mit den Koteletten? Lassen wir die so, oder? Okay. Okay. Dann machen wir das so, wie du sagst. Ich trage es erst bei dir etwas rasierischer auf. Dann mache ich jetzt acht. Okay. Okay. Und dann passieren wir das Ganze schön auf deine Haut ein. Ja, ich mach das am liebsten mit den Händen. Ich benutze nur kein Pinsel. Oh, ihr tut gut. Perfect. Ich werde mir die Hände noch mal kurz abwaschen und dann bin ich wieder gleich bei dir. Dann fange ich jetzt an mit der Ressour her. Okay. 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 Ich glaube, ich werde doch noch einen Penzel benutzen. Um das nochmal vernünftig zu verteilen. So. Okay. 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 wünsche ich dir noch einen wunderschönen, wunderschönen Tag. Mit deinem neuen Look steht dir wirklich ausgezeichnet. Und bis dann. Ciao.